Hallo, schön, dass ihr da seid. Heute geht es zum Gewinnspiel. Ich freue mich, dass ihr da seid und freue mich auch, dass ich euch endlich erzählen darf, was ich mir überlegt habe. Und zwar möchte ich gerne mit euch kreativ werden und eure Kreativität ein bisschen rauskitzeln. Genau, fangen wir mal an mit dem Gewinn. Genau, was gibt es zu gewinnen? Es gibt ein Bild zu gewinnen. Jetzt konnte ich mich allerdings nicht entscheiden, welches Bild der Preis sein soll und deswegen darf der die Gewinnerin sich das Bild aussuchen. Ihr seht jetzt gleich drei Bilder, die sind 20 x 20 cm groß und das in der Mitte ist mit Ölfarbe gemalt, rechts und links die Bilder sind mit Acrylfarbe gemalt. Genau, das wäre der Preis, also ein Bild aus den dreien. So, und wer darf teilnehmen? Alle, die möchten. Und was ist zu tun? Ihr seht gleich drei Formen, die zeichne ich euch jetzt hier auf und diese Formen sind die Grundlage für euer Bild. Oder, kann nicht die Grundlage, aber irgendwie sollen die in diesem Bild vorkommen. Und ihr könnt dazu Pinsel verwenden, Stift, Kuli, Bleistift, keine Ahnung, was auch immer, was ihr gerade da habt. Genau, wie groß, wie ihr die Formen anordnet, das ist euch überlassen. Bloß die drei Formen sollen vorhanden sein. Und ob das abstrakt ist, ob daraus irgendeine Figur wird, ob es lustig wird. Lasst eure Fantasie freien Lauf. Überrascht euch, überrascht mich. Genau, und wenn die Bilder dann fertig sind, schickt es mir bitte über Facebook, Instagram, per Mail. Wer meine Nummer hat, gerne auch über WhatsApp. Und ich bin dann die Jury und freue mich schon auf eure zauberhaften Bilder. Und werde dann die oder den Gewinner, Gewinnerin informieren und alles weitere besprechen. Okay, gut, dann wünsche ich euch eine kreative Zeit, dass ihr selbst überrascht seid, was da rauskommt. Und ich freue mich. Ciao. Säme Säme Untertitelung des ZDF, 2020